FDP-Vize Wolfgang Kubicki hat in einem Interview mit dem Tagesspiegel über die Persönlichkeitsveränderung von Robert Habeck gesprochen. Der 72-Jährige sieht in Habecks Auftreten in Berlin einen starken Wandel im Vergleich zu seiner Zeit in Schleswig-Holstein. Früher sei der Wirtschaftsminister spielerischer mit Macht umgegangen. Zitat, jetzt will er offenbar alles auf sich vereinigen, weil er glaubt, er sei der Gesalbte. Kubicki kritisiert, dass dieser Wandel für die Zusammenarbeit in der Ampelkoalition nicht förderlich sei. Die Koalition stehe vor großen Herausforderungen, da viele Gesetzesvorhaben blockiert seien und die Zusammenarbeit der Parteien zunehmend leidet. Kubicki äußert Zweifel, dass die Ampelkoalition bis Weihnachten hält, wenn keine wesentlichen Fortschritte erzielt werden. Er betont, dass die FDP unter der aktuellen Situation leide und sich eine Beendigung der Koalition in Erwägung ziehen könnte, sollte sich die Lage nicht verbessern.